So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Rahms ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, denn wir haben News für euch oder auch nicht, man weiß es nicht genau. Ich aktualisiere alle 5 Sekunden hier diesen Blogpost, also PokémonGoLive.com, die News, weil da ist immer alles offizielle, denn wir warten alle darauf. Was ist denn nun mit Freitag? Freitag, ab 10 Uhr kommt ein neuer Mega-Raid-Boss, der ab 11 Uhr ratebar ist. Wir wissen aber immer noch nicht, was und wie und wo. Die ganze Zeit dreht sich es darum, ist es vielleicht Kangama, ist es vielleicht Latias, ist es Latios, das erste Mal ein regionales als Mega-Raid, was war da denn los, oder? Zwei legendäre Mega-Rades gab es auch noch nicht. Jetzt haben die Kollegen von GoGames, ich wollte mich ja gar nicht mehr auf GoGames berufen, aber die haben jetzt hier was nochmal gepostet und da haben wir nochmal mehr Sachen dazu, die uns schon ein bisschen Aufschluss geben, aber immer noch nicht alles klären. Das möchte ich mit euch jetzt mal fix durchgehen, solange wir warten, dass Niantic die offiziellen Sachen durchgeht. Mega-Update, 27. April, alles was da nochmal gefunden wurde, weil viele Sachen schon getestet werden, in Australien und Neuseeland und so weiter. Was für euch schon bekannt ist, ist natürlich, dass die maximale Anzahl der Mega-Energie erhöht wurde, statt 2000 könnt ihr jetzt bis zu 9999 auf der Hand haben, was ich schon mal gut finde. Die 2000 hat man nämlich schneller erreicht, als die 9000 und so ist dann immer, naja, nichts passiert, beziehungsweise hat man dann ja Items bekommen, aber ich würde dann gerne mal so ein bisschen die Energie wegentwickeln, damit ich die Medaille noch pushe, aber so hast du einfach mehr Zeit, wenn du siehst, oh, du bist schon wieder bei 6000, entwickelst du halt ein bisschen was weg, bis 5000, 4000 und ja, das für mich eine kleine nette Neuigkeit, aber jetzt nicht das Ausschlaggebende. Mega-Level, die Mega-Level und die damit verbundenen Boni wurden bereits offiziell aus dem Pokémon-Go-Blog angekündigt, die genauen Zahlen, Daten und Fakten des neuen Features waren bisher noch nicht zu 100% veröffentlicht, da das Feature gerade in Australien und Neuseeland getestet wird, ist es bereits dort im Spiel aktiv und man kann hier vieles rauslesen. Es wird also drei verschiedene Mega-Level-Arten geben, die euer Pokémon erreichen kann. Je öfter ihr das halt entwickelt, also eine Mega-Entwicklung durchführt, desto mehr steigert sich das und wird dann im Endeffekt günstiger. Normal ist das auf dem Basis-Level, die 0. Hier könnt ihr kostenlos alle 14 Tage eine Mega-Entwicklung durchführen. Kostenlos. Ihr könnt auch die Wartezeit dann mit Mega-Energie überbrücken, um direkt zu entwickeln. Wenn ihr das nicht macht, könntet ihr alle 14 Tage auf dem Basis-Level aber eine kostenlose Mega-Entwicklung machen. Wer also einmal im Monat zum C-Day eine bestimmte Mega-Entwicklung haben möchte, könnt ihr das kostenlos tun. Machen ja viele, um Bonbons zu kriegen. Hier stehen dann Kosten von 200 Mega-Energie. Das sind vielleicht die... Wenn der Phone verfolgt, er hat mich übel zu erschrocken. Die Grüße gehen raus. Die 200 Mega-Energie sind wahrscheinlich die, die zur Überbrückung da sind, um diese 14 Tage aufzuheben und direkt zu entwickeln. Das würde aber heißen, dass ihr nicht 40 Energie verbraucht bei manchen, sondern 200, um den Cooldown runterzuschrauben. Das ist also theoretisch jetzt teurer, aber wenn ihr sowieso öfters entwickelt, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht so viel reininterpretieren, lese einfach mal vor. Also Basis-Level 0. Könnt ihr alle 14 Tage eine kostenlose Entwicklung machen. Oder mit 200 Mega-Energie könntet ihr das überspringen. Außer bei Bibor und Taubos kostet das nur 100. Ihr kriegt trotzdem einen Attacken-Bonus von 10%, einen Step-Bonus von 30%, zusätzliche Bonbons plus 1. Wenn ihr natürlich einmal eine Mega-Entwicklung durchführt bei eurem Mega-Pokémon, steigt das schon direkt auf Level 1 vom Mega-Level. Und so könnt ihr statt alle 14 Tage, alle 7 Tage, mit einer Mega-Entwicklung reduziert ihr diesen Cooldown zum Wiederentwickeln um 7 Tage. Also statt 14 Tage, 7 Tage, alle 7 Tage könnt ihr dann kostenlos eine Mega-Entwicklung machen. Maximale Kosten statt 200 Mega-Energie 41. Oder bei Bibor und Taubos statt 121. Ihr habt auch wieder den Attacken-Bonus 10%, Step 30%, zusätzliche Bonbons plus 1. Nach 7 Mega-Entwicklungen von eurem Pokémon erreicht es Mega-Level 2, Stufe 2. Hier könnt ihr statt 7 Tage, alle 5 Tage, eine Mega-Entwicklung machen. Habt statt 41 Mega-Energie Kosten nur 21, um es wohl zu überbrücken. Und bei Bibor und Taubos sind es 11. 10% Attacken-Bonus, 30% Step, zusätzliche Bonbons 1. Jetzt aber hier zusätzliche EP 50 und Chancen auf XL-Bonbons 10%. Wenn ihr insgesamt 30 Entwicklungen gemacht habt bei einem Mega-Pokémon, wenn ihr eins 30 Mal Mega entwickelt habt, habt ihr den höchsten Mega-Level erreicht, nämlich Stufe 3, dann könnt ihr jeden zweiten Tag, also alle zwei Tage, eine kostenlose Mega-Entwicklung machen. Da bräuchtet ihr also dann gar keine Mega-Energie mehr. Falls ihr trotzdem nicht diese zwei Tage abwarten wollt, und wollt, sobald das wieder schrumpft, wieder eine Mega-Entwicklung machen, kostet es nur noch 11 Mega-Energie, statt diese 40, die ihr so normal jetzt vielleicht hättet. Das ist also dann doch eine sehr große Reduktion. Und bei Vibor Taubos nur 6. Attacken-Bonus, Step-Bonus, zusätzliche Bonbons, das bleibt, nur dass die zusätzlichen Bonbons dann 2 sind, statt 1 zusätzliche EP von 50 auf 100. Chancen auf XL statt 10%, 25%. Also es lohnt sich wirklich, dann öfters mal eine Mega-Entwicklung zu machen. Gerade bei eurem Lieblings-Pokémon werdet ihr vielleicht die 30 Mega-Entwicklungen schnell zusammenkriegen, und könnt es dann alle zwei Tage kostenlos entwickeln. Oder zur Überbrückung mit 11 Mega-Energie entwickeln. Mit 11! 11 statt 40. 11 statt alles andere. Das ist auf jeden Fall auf Dauer gesehen ein sehr cooles Feature, eine coole Neuerung. Neue Mega-Entwicklungen. Jetzt haben sie da auch einiges gezeigt. Wie schon aus den Videos in der offiziellen Ankündigung ersichtlich war, sind Mega-Latias, Mega-Latios und Mega-Kangama die neuen Mega-Raid-Vosse. Aber bitte nicht alle drei auf einmal. Zusätzlich wurden auch Krypto-Latios und Krypto-Kangama entdeckt. Giovanni hat ja jetzt Krypto-Latias gehabt, also das Rote. Da lag der Verdacht nahe, dass es im nächsten Monat vielleicht wieder eine Rocketsch-Forschung gibt mit Giovanni, wo er dann eben das Blaue hat als Krypto. Und wenn die jetzt als Kryptos kommen, und dann auch noch im Trailer, und dann auch noch bei dem Okinawa-Event, dann müssten die ja jetzt vielleicht doch als Mega-Raid-Bosse auch reinkommen. Aber ich hätte zuerst trotzdem mit Kangama gerechnet. Aber Kangama ist ja auch eigentlich ein regionales. Wenn das Giovanni in die Hände kriegt, dann ist das ja doch nicht mehr regional, weil das ist ja dann bei jedem hier. Also jeder hätte dann die Chance auf Kangama, Krypto-Kangama, und aus dem Mega-Raid auch Shiny-Kangama und überhaupt Mega-Rais. Also die hauen alles miteinander raus. Hier seht ihr mal die ganzen Werte. Hier seht ihr die Grafiken für die Kryptos. Und hier ist nochmal aufgelistet, gerade was viele interessiert, die maximalen WP, wie viel die dann erreichen können. Mega-Kangama würde auf 4353 WP kommen. Das ist schon ordentlich. Das übertrifft. Uh, das ist ja auch eine Mega-Entwicklung. Lassen wir Kangama weg. Kangama kann eh nix. Kangama ist eigentlich nutzlos. Gucken wir mal nach Latias. Muss ich mir mal merken. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn Latias das Rote ist. Rot mit O. Aber das Rote ist das mit A, nämlich Latias. Latias käme dann in der Mega-Entwicklung auf 5.428. Das ist die beste Mega-Entwicklung dann. Bis ihr Latios entwickelt. Der käme nämlich dann auf 5.661. Das sind schon ganz andere Zahlen. Ich habe beide als 100%ige. Ich freue mich darauf. Ihr bräuchtet halt 300 Mega-Energie erstmal, um die einmalig zu entwickeln. Ihr wisst ja, je öfters ihr die entwickelt, ne, aber... Kannst du ja nicht. Da musst du ja wirklich in der Zeit, wo die da sind, permanent draufhauen, dass du da auf Stufe 3 Mega-Entwicklung kommst und müsstest vermehrt also wirklich dann auf Mega-Raid-Bosse gehen, um den Raid-Level hochzuziehen, dass du an den Punkt kommst, dass du die dann immer alle zwei Tage entwickeln könntest, wenn du Bock drauf hast. Also wenn die Fünfer uninteressanter werden oder langwierig die Fünfer einfach nichts Gutes bieten, dann macht es schon jetzt wirklich Sinn, wirklich erneut öfters einfach Mega-Raids zu machen. Selbst wenn ihr sagt, ich habe das schon mal durchentwickelt, wie Tau-Boss brauche ich nicht mehr, habe ich männlich, weiblich alles entwickelt, habe mein Ding fertig, dann raidet halt die Mega-Raids dann, um die Mega-Level zu steigern. Das ist auch eine sinnvolle Sache und so kann man auch wieder Mega-Raids für Zuschauer öfter anbieten. So, jetzt steht das alles nochmal hier da, genau. Das ist hier auch hier neue Attacken, die Spezial-Attacken von Latias. Latias wurden nun vollständig hinzugefügt. Bislang waren die nur namentlich und als Sound-Effekt hingerlegt. Nun sind die Werder auch drin, alles. Mega-Quest steht auch da. Dass es wohl auch eine kommende Spezial-Forschung gibt zu den Mega-Entwicklungen und ihr werdet erneut vor die Wahl gestellt zwischen Glurak, Turtog und Bisa-Flor. Für was würdet ihr euch entscheiden, wenn es eine Spezial-Forschung gibt und ihr müsstet einen von den drei auswählen, den ihr am coolsten findet? Wo sind die Turtog-Fans? Wo sind die Bisa-Flor-Fans? Wo sind die Glurak-Fans? Ich würde wahrscheinlich auch Glurak nehmen, weil Glurak einfach das stärkste von den dreien ist und auch noch zwei Mega-Entwicklungen hat und halt einfach, glaube ich, mit am beliebtesten ist. Gerade das Glurak Y-Mega ist einfach einer der heftigsten Dudes, die man so kennt. Und ich würde also mich in diesem Pfad für Glurak entscheiden. Ansonsten war es das jetzt erstmal. Steht auch nochmal hier alles, bla bla bla, dass das alles super ist und sie sich selbst auch fragen, wie eine Yannick das alles handhabt. Wir wissen es immer noch nicht. Es wäre wirklich viel zu brutal, wenn alle drei morgen gleichzeitig in die Mega-Rates kommen, weil sie ja eigentlich nur noch einen im Monat bringen wollten oder nur noch einen gleichzeitig. Aber sollten sie es halt nacheinander machen. Dann macht es halt nacheinander. Aber in welcher Reihenfolge, ich weiß es nicht. Es ist alles nicht logisch. Logik nicht, brauchen wir aber auch nicht. Egal. Habt ihr Bock, freut ihr euch? Morgen 11 Uhr, egal wer drin ist, ab 11 Uhr werde ich einen Community-Rate posten im YouTube, äh, im Community-Tab vor Ort. Mega-Rate machen, bam. Ab 18 Uhr Mega-Rates für Zuschauer mit dem, der da ist. Wenn alle drei da sind, dann gibt es Probleme beim Community-Rate. Dann müsste ich nämlich drei machen. Da fehlt die Zeit, das alles mit Video und Exportieren und Hochladen hinzukriegen. Und bei Raids für Zuschauer abends ab 18 Uhr gibt es nur noch dann Chaos, weil ja dann jeder was anderes will und reinschreit. Hey, ich hab geedit, ich will aber den und dabei lade ich dir dafür ein und so. Also bitte bringt nur ein, macht wenigstens das richtig. Ansonsten freue ich mich trotzdem auf dieses Mega-Update. Ihr auch, schreibt es in die Kommentare. Und bis heute 18 Uhr, dann machen wir nämlich Raids mit Demeteros. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.